Platzieren Ja weißt du, also wird er sich da vom Feeling her schon von irgendwie Richtung Wüste anbieten Ja definitiv Wüste, Alter Sepp, hilf mir aber bei dem... Sepp, wo willst du hin? Ich hab nur ne Pickaxe Also ihr seid jetzt... Null! Ach du wolltest das ans Meer? Der ist geil geflogen Ich wollte da unten ans Meer gehen Ok Au! Alter, wie viele Viecher hier sind, das ist der Wahnsinn Der kennt mich! Kill ihn, Christian! Ja womit denn? Mit deinem Schwab, was du in der Hand hast und Bobby! Du hast doch selber eins Ich hab ne Pickaxe! OHH, Alter, Sepp! Koopa! Alter, ihr habt 3 live! Können dann so machen! Lass uns hier stehenbleiben und lachen, Peter Ohloloi, da kommt was rechts Alter, wie viele Viecher sind denn hier? Ich bring, ich bring ein paar Freunde mit Das ist der Wahnsinn Das Gute ist, dass die Halt... Woah, warte, warte! Hier können wir nie... Schmeißt den doch nicht in meine Richtung Ja, sorry Könnt ihr mal kurz die Koordinaten durchsagen? Hast du uns nicht gerade gesehen? Nee, ich hab nur die Wüste gesehen Äh, Quatsch, die Wiese Ja, auf der Wiese sind wir doch Ja, ich find die Wüste aber noch nicht Also, ich denke, dass ihr auf dieser Wiese seid Von der Wiese... Was denn? Ah, ich sterbe 800 Okay Hadi, gib mir mal bitte noch ein bisschen was Aber geil! Ich hab ein Dorf gefunden Danke Okay, nice Okay, nice Judy Erstmal gucken wir deine Eises Erstmal gucken wir deine Eises Wir brauchen helles Holz Ja, gib doch in... Gib doch in der Eiseswelt Ja, das ist dunkel... Links! Links! Oh Gott! Lol, wie er... Oh, er in den Kaktus geflogen ist Ja, dat finden wir schon, Hadi Dat finden wir schon Muss erst mal ein geschältes Schwert machen Jetzt, ey Schau mal geil, in der Kirche ist ein Zombie drin Und versucht rauszukommen Klopf gegen die Tür So, Fred Alter, Bram, du bist so durchzogen von Pfeilen Dass der Gamma... Das sieht so kalt aus Toll, das sieht echt kalt aus Na, scheiß drauf, hör mal Nur noch mein Hass hält mich am Leben Was denn das für ein scheiß Dorf? Nur ne scheiß Kieche Hey, cool, schon ein Auge Kann man das Ja, Spinnene Auge, ja Das willst du da machen Hadi? Ja, brauchst du nachher für die Individualtränke Geh mal hin Aua Alter, wie schnell das Viech schießt, ey Stirb jetzt So Bleiben wir hier auf der Landzone? Ja, wir bleiben hier auf der Landzone Aber wir gehen da hinten Nein, der Schmerz ist kaputt gegangen Wir würden da hinten in die Bühne gehen Also weiter in die Richtung? Ja, ne, einfach hier so Da vorne ans Meer Weißt du, ich will jetzt nicht direkt in der Wüste bauen Sondern hier so da Barg ihn mit der Spitzhacke Wir buddeln uns hier erstmal ein kleines Häuschen Oh ja Was buddeln wir uns hier ein Häuschen? Naja Ja, lass uns mal ein Häuschen Ich baue uns mal ein kleines Häuschen aus Sandstein Ich hab keine Werkzeugkirze, Bram Ich seh auch nicht besser aus Ich seh auch nicht besser aus Oh mein Gott Guck dich mal an Guck dich mal an, ey Sepp, da kommt ein Pieper hinter dir Aaaaaah, nein, Alter Oh Tommy Als wenn er mich damit aufziehen kann So ein Stückfigur Alter, wo kam der denn her? Ja gut Also ihr seid jetzt bei 900, 800 oder so, oder? Ah, die hat sich irgendwas geportet 930, 263 Ja, deswegen machen wir uns jetzt auch ganz schnell unsere Bude hier fertig Damit sich hier nichts mehr portet Ich würd sagen, wir gehen noch ein bisschen tiefer in die Wüste rein, ey We have to go Deepa, sagst du was? Ja Deepa Deepa Creepa Oh fuck Oh, ich bin voll hier eingelaufen Das war das der Wackel Das war Itapupu, oder? Deepa Ja man, du kommst dann von der Seite und du überraschst sie Na, guck mal da Das sind unsere lieben voll die Endermänner Wir sind voll die Killer 800 Richtig, nicht mit den Endermans an, Junge Ich bin echt ein ganzes Stück weg Die können doch nix Das ist echt voll schade, dass in dem Dorf nix war Ein bisschen weizen Naja, naja So Sepp, wir sind jetzt erstmal sicher Ey, guck mal dahinten ist so ein Sandhügel Sandhügel Ah, die mach mal bitte Fackeln Ich buddel hier durch die Dunkelei Fick dich du Fick dich du Ja, warte Ja komm Sepp, ich schmeiße die hier runter Skeletze sind voll behindert Ja, da ist doch dieser große Hügel Läuft Läuft Da könnte man irgendwie daneben die Shisha bauen Und dann könnte der Schlauch so da drauf liegen Alter, wie das hell in dir ist, ey Stimmt Und das coole ist dann, wenn man neben dem Berg ist, dann hat man auch dementsprechend genug Materialien auf jeden Fall Also auch Sandmaterial oder ähnliches Ja, aber Sand brauchen wir eigentlich nicht für die Shisha Ja klar Für die Glassbowl unten brauchst du super viel Glas Ja, ja stimmt Ja, wobei die Glassbowl, wollen wir die nicht irgendwie auch farbig machen oder soll die durchsichtig sein? Ja, weiß ich noch nicht Ich müsste eigentlich mal die mal bauen Klar gibt's Farbig Vom Radius noch, oder? Nein, das weiß ich nicht Was hast du gemacht, Sepp? Weißt du, da müsste auch alles reinpassen Mein Pickaxe ist kaputt Ja, deswegen ja Die muss relativ groß sein, ja Oder hoch New Pickaxe Ja Das So war das auch What the fuck ist das denn? Hier ist ne verschüttete Stadt Hier ist ne verschüttete Stadt Ja, genau Ey, guck mal was da vorne ist, Peter Was ist denn da vorne? Guck mal genau in die Richtung, wo ich gucke Ich seh da nichts Ok, ich lauf einfach mal in die Richtung, vielleicht siehst du es dann? Na? Jetzt? Ist der Gorschen gefallen, du Lutscher? Nein What? Ich renne aber mal weiter und du rennst mir hinterher, ja? Ja, ok Sagst du mir, wenn der Gorschen gefallen ist Die haben schon wieder so ne Pyramide gesehen Na, irgendwie sowas Ah, jetzt weiß ich, was du meinst Spielen wir eigentlich gegeneinander? Ja, klar Wir killen uns gleich alle Spielen wir nicht Aber guck mal, da ist doch Jay Alter, ihr habt die Höhne gefunden, die ich auch gefunden Ab Jay läuft jetzt in der Diaros so rum Ne, überhaupt nicht Das stimmt, hier ist Jay drin Hast du schon gelootet? Ja Dann können wir uns ja wieder verdrücken Ja, und Sag mir bitte nicht, dass ich den Enderman angelockt habe Wird ziemlich lustig, Peter Alter, da war ein Enchantment Book Wie cool ist das denn? Was ist denn ein Enchantment Book? Ah, fick dich Ok, dann jetzt nach vorne zu unserem Berg des Glücks, oder was? Ja, mit dem Enchantment Book kannst du Ah, nice Jay Ok, Fran, schnell looten geht Das ist der Hammer Meine Hunde fallen runter und sprengen sich in die Luft Das ist der Hammer Das darf nicht wahr sein Meine verfickte Hunde Das hat man nicht so schaden Ist das geil Alter Das darf ja nicht wahr sein Oh mein Gott, ich kann nicht mehr Alter, Alter, ey Waren ja nur 10 Eisen, 10 Gold, 3 Diamanten, braucht ja keine Sau Gott, halt ihr, Mann Wie ist denn das denn überhaupt runtergekommen? Wir klauen das jetzt voneinander Von dem Ja klar Genauso wie ich euch gerade ausgenommen habe Ja, ne, ok, dann weiß ich das ja, wenn ihr mal sterben solltet, was dann meins ist Ja, das hat man in einer anderen Season nicht so Da haben wir die Sachen liegen gelassen Alles ok Was machst du eigentlich da unten, Sepp? Wenn die liegen bleiben, die spawnen, DJ Naja Die Sachen müssten da noch liegen, außer Hadi hatte sich schon gesnackt Ich hab mir nix gesnackt Deswegen fragte ich eben, ob wir gegeneinander spielen Ja, in der vorherigen Season hätten wir die Sachen noch aufgeteilt und nicht für uns behalten Was? Boah, wieso sind die ganzen Chess-Creeper hier noch? Ja, aber wenn, wenn, ich mein, wenn man nen Tempel findet, ja, während man rumläuft, alleine, dann ist das ja wohl was anderes, als wenn man den zu 6 sucht, oder? Ja Aber, aber dann schön nix sagen und dann sterben und dann sagen wir, das ist aber meins Ihr habt doch gesagt, ich hab da ein verschüttetes Stadt gefunden Ja, das stimmt, aber kein Team Äh, äh, ja Ne, der hat gesagt, der hat gesagt, da war nix drin Ja, Dennis hat aber auch nix gesagt Nein, ja, ne, das Ding ist halt verschüttet gewesen und dann bin ich da reingelaufen und dann war dann halt der Scheiß da überall drin Ja, ne, du willst halt nur, bin gespannt, was passiert Ja, der Scheiß liegt da immer noch Wow Den Scheiß liegt da immer noch Meine verfickten Hunde, die werden erstmal beide geknechtet und sterben Meinst du nicht, dass die eh schon drauf gegangen sind, wenn da unten alles explodiert ist? Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich haben die noch irgendwie mit keinem Bein die laufen Ey, ich glaub, wolltest du noch nicht fahren Ey, ohne Spaß, Peter, komm mal wieder hin Ich glaub, da, Johnny hat, Johnny hat mit seiner Explosion einen Spawner freigelegt Na, nein, so muss man Da unten ist Moos Geil Und voll viele Zombies auf einmal Na, dat war der Plan So Das stimmt Sind die drei Dias direkt erstmal protected, sag ich Oh Mann, ey Ja, meinetwegen, sammelt den Scheiß auf und dann teilen wir das auf, mir ist ja egal Ich seh deinen Scheiß gar nicht Ehrlich gesagt, ist mir dann ein bisschen so gefährlich, da drunter zu gehen Der müsste doch eigentlich, die Sachen gehen doch mit in die Luft, oder nicht? Wo ist nochmal der Tempel bei? Äh, der ist bei 1034, 335 Ey, Sepp, ich werd jetzt erstmal ein bisschen Terraforming betreiben, wa? Ja, ja, ich mach hier ganz viel Kohle schonmal Na gut Ich hab einen Mega-Kohle-Ader gefunden Was hast du gefunden? Eine Mega-Kohle-Ader Füllt, Junge Füllt nur noch Eisen und dann geht's ab